Ich muss ja aufstehen, bald beginnt ja die große Tour. Ich muss ja aufstehen. Ich muss ja aufstehen. So, aktuell befinde ich mich jetzt an den Ubi Parkplatz. Irgendwo steht der Daniel hier rum. Wir schauen, wo er ist. Doch, da ist er ja. So, Moment. Schaut mal, da ist der Daniel. Mit der üblichen Begrüßung war ja klar, aber das kann ich auch. So, wir haben ja gesagt, wir machen eine Overnight. Und ich habe gesagt, wir haben den Grill. Ich bin mega. Dann passen wir leider nicht mehr in den Tautos. So, der Daniel gibt jetzt die Koordinaten in seinem Navi ein. Er fährt vor. Ich fahre ihm hinterher. Und wir haben circa dreieinhalb Stunden Fahrt vor uns. Und ich würde sagen, lege mal los. Tschüss Obi. Was wäre ein anständiges Frühstück? Ohne Kaffee. Wir sind jetzt gerade unterwegs. Wir sind am äußersten Rand von der Oberpfalz. Hinter mir ein, wo ist es? Da ist es. Ein Ritterturm nennt sich das hier. Ein super günstiger Rasthof. Und was machen wir zwei hier? Was machen wir? Eine Lost Place Tour, oder? Eine Lost Place Tour. Wir machen drei Tage Lost Place. So, wir sind jetzt schon an der ersten Location angekommen. Ja. Jetzt da im Hintergrund. Eine verlassene... Eine Lederfabrik. Lederwarenfabrik, glaube ich. Ach, die Lederwarenfabrik. Nein, halt. Teppich. Teppichfabrik. Weil die Lederwarenfabrik ist hier auch irgendwo in der Nähe. Aber das war eine Teppichfabrik und die schauen wir uns jetzt an. Video verlinke ich vielleicht. Aber die wird in der Videobeschreibung sein. Weil in dem Vlog sind wir ja... Wir sind jetzt unterwegs und nehmen wir jetzt alles auf über das Wochenende. Deswegen keine Ahnung wie, wo, wann ich die eigenen Videos rein tue. Da kommt gleich mal ein Zug. Vogtlandbahn. Das müssen wir aber sagen. Moderna wie bei uns. Dann wisst ihr gleich, wo wir sind. Also wir sind... Wisst ihr das, wo wir sind? In Sachsen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erwähnt hast. Aber selbst wenn, dann halt nochmal. Dann halt jetzt. Genau. Also und jetzt machen wir Lost Place. Gerade weißt, der Daniel macht das Intro. Und da hinten fahren die Autos rein und raus. Das ist hier wie auf einem offenen Bazar oder irgendwie so. Das ist der Wahnsinn. Also hier gibt es auch so wie am Bahnhof. Bahnhof? Bahnhof. Oh Mann. Das war ein Wortspiel. Das ist mir gerade eingefallen. Und der Opa muss jetzt damit hause machen. Ja. So, ich habe euch ja vorhin gesagt, dass die Location der Jungspund da hinten auswendig gemacht hat. Aber jetzt lassen wir mal an Daniel ein bisschen sprechen. Und inzwischen macht der alte hier eine Pause. Sehr gut. So, wir sind jetzt aus der Location raus. Wir haben es nicht allzu weit. Der Daniel hat gesagt, wir haben jetzt glaube ich 5 Kilometer noch zum Bahn. Zur nächsten. Und ich habe ganz frisch eine Red Bull gekauft gehabt. Allerdings war es die in einem Auto, wo es jetzt gefühlte 85 Grad hat. Und die Red Bull ist jetzt ungefähr 65 Grad warm. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack. Deswegen werde ich die nochmal irgendwo hinstellen und was anders trinken. Oder jetzt momentan gerade nichts trinken. Aber eine warme Red Bull ist es nicht so, wie ich meine. Also wir packen jetzt die Ausrüstchen zusammen. Wir müssen noch ein paar Akkus laden. Und dann fahren wir los. Gehts weiter. Gehen wir eigentlich irgendwo noch was essen heute? Äh, wenn du Bock hast, ja. Ich hätte Bock. Wohin dann? Ich habe nicht mehr Hunger. Keine Ahnung. Irgendeine Kleinigkeit. Ja, machen wir nach der nächsten Location, oder? Nach der nächsten. Okay. Und dann werden wir was essen. Ich habe nicht Hunger. Eigentlich habe ich jetzt schon. Der nächste wird keine Verstanden-Location normal. Wenn wir Pech haben, ist eine Location nach 5 Minuten vorbei. Weil wir nicht reinkommen. Das könnte sein. Oder weil sie gar nicht mehr steht. Oder weil sie gar nicht mehr steht. Ja, das werden wir sehen, ob wir reinkommen. Auf dem Weg zu unserer nächsten Location, weil es vorhin so ein bisschen warm war. Äh, kalt war. Richtig. Ja, das wäre jetzt die Location gewesen, die wir gefunden haben, oder gesucht haben. Auf dem Felsgrund. Aber aktuell ist es eingerüstet und wird wahrscheinlich hergerichtet und ist dementsprechend leider nicht mehr lost. Auch das passiert beim Urbexeln. Auch das passiert beim Urbexeln, dass man nicht in jedes Lost Place reinkommt. Weil es halt irgendwann mal wieder in Gebrauch genutzt wird. In Gebrauch genutzt wird. Schön. In Gebrauch genommen wird. Wieder benutzt wird. Meine Güte. Deutsch. Ich bin jetzt eineinhalb Kilometer zu Fuß gegangen. Ja sowas. Und ich hab Durst und Hunger und will einen Kaffee. Stichwort Kaffee. Wir suchen uns jetzt irgendwo einen Platz und machen einen kleinen Kaffee. Richtig. Oder eine kleine Kaffee-Pause. Das hört sich gut. Richtiges Amtsdeutsch. Das ist ja gleich mal ein romantischer Segel, Spaziergang. Einfach mal so einen Kilometer durch den Wald. Bergab. Sonne kommt raus. Hat doch was. In der Natur. Mitte im Wald. Habe die Ehre. Servus. Grüßt euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer. Heute wieder. Wir müssen in die andere Richtung. Okay. Also. Das ist ja der Nachteil. Wir sind jetzt hier diesen Berg runter. Runter ist ja relativ entspannt. Aber die Scheiße müssen wir jetzt wieder hoch. Ja Dirk. Ich hab ja schön hier meine Kappe hängen. Ja. Von hier kommen wir ja. Da ganz da unten waren wir. Da unten geht ein Zaun entlang. Bis, keine Ahnung, irgendwo da hinten, wo die Weltkugel dann aufhört. Aber es freut mich ja. Selbst der Daniel ist schon fixer fertig. Und ist ja gerade mal halb alt wie ich. Das kann ich auch. Aber du musst aufpassen. So. Kommen wir es. Der einzige Baum, der hier quer liegt. Im ganzen Hang. Darunter. Und darauf. Liegt kein so ein Baum. Und was meinst, wer fliegt über den drüber? Weil er seine Kamera hält? Mann, 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 Mann. Sieh uns nicht über mich lustig machen. Dabei geh ich hier so voller Tatendrang den Berg hoch. Ich hab mein Brennen im Oberschenkel. Es brennt im Oberschenkel. Aber meine Pumpe geht's. Wie gut, dass sie geht. Wenn sie nimmer geht. Oh, ja. Gräse hoch. Auf gut Glück haben wir jetzt durch Zufall etwas Bläs gefunden. Weil der Daniel fährt ja zic-tac auf die Straße und denkt, wenn man warum fährt ja so zic-tac. Dabei guckt der immer rechts und links. Und hat jetzt ein verlassenes Kind eingefunden. Und da wollen wir jetzt mal abharten. Jetzt gibt mir grad ein brutaler Wind. Weiß ich, hört sie mich überhaupt noch? Ein Sturm. Weil hinter uns ist es nämlich ganz schwarz. Wahrscheinlich fängt sie gleich dermaßen das Regnen an. Und man darf hier offiziell nicht über die Straße gehen. Weil hier so ein Hegel ist. Beknackter Weg ist. Aber es kommt rechts und links kein Auto. Also überall so ein Scheiß-Kimmern hier. Der junge Frühling. Da ist das gute Stück. Da gehen wir jetzt rein. Da ist das Wohnhaus. Da ist das Wohnhaus. Und da sitzen die Leute sogar draußen. Da müssen wir jetzt ein bisschen drüben. Wie sieht man von der Straße aus überhaupt nicht? Also... So, in dem Last Race waren wir jetzt drin. Hat sich doch gelohnt. Video wird sehen. Und wir suchen jetzt ein Schlafplatz hin. Weil wir haben eine 3-Tages-Tour vor. Wir haben jetzt mittlerweile kurz vor 8 Uhr. Oder haben wir schon 8 Uhr. Und jetzt suchen wir eine Location, wo wir ein Overnight machen können. Und dann haben wir gleichzeitig auch ein Overnight-Video. Und wir tun langsam die Beine weh. Wir haben jetzt drei Location gemacht. Ja, vier. Die eine sind wir auch nicht reingekommen. Und jetzt brauchen wir einen Schlafplatz. Weil ich hab Hunger. Ich durche. Ich bin müde. Einen Quatschkopf da hinten. Aber du sollst ja auch wissen, was das heißt, mit mir auf die Uhr zu gehen. Naja, das weiß ich schon. Das hab ich am ersten Tag gewusst schon. Nächte. Und trotzdem. Und trotzdem ist er mit mir ins Dreitag. Genau. Und zwei Nächte. Tage würden ja noch gehen. Aber Nächte auch noch. Tag. Du warst jetzt auf mich, ich durfte mir gehen durch die Fenster hier rein. Ja, das hat immer den einfachen Weg, nicht durchs Fenster. Aber hier riecht aber, boah, Kläranlage. Bis zum nächsten Mal.